Langsam haben sie es ja endlich mal gelernt Da gibt es Rechnung schon bei Minecraft 50.000 Exekutionen Ist Nagri eigentlich auch da? Ja Naja habe ich gerade noch kurz zwischendurch gesehen Ja Hey Wow alle da Wow Martin ist aber noch da Hey die erste Kreuzmedaille Ja also Diamantmedaille Hey So Energy Okay Ihr müsst alle sowieso auch immer auf Siegerpodest hier Also Nikri ist da Port ihr einfach mal dahin Ja Nikri steht ja schon richtig Achso Brock ist ein alter Mann Er muss sich immer bücken So Hab ich den nicht gesehen Der war wirklich unsichtbar Den Nikri Den Ofen gib mal deinen Block da her Yeah Na klar Ich hab Kappelstone Den Ofen Hast du schon was von unseren Scheinen gehört? Was hab ich bekommen? Äh was hab ich gehört? Steuern Hä? Was? Ich würd den schönen Sicherheitsregen nicht genauer Einhalten Dass ihr bei den Shana Olympics mitmachen durftet Das sind keine Steuern Das ist Schutzgeld Oh 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 Okay ja Äh Also Ich kann euch Einen Stack Kabel geben Hm Gutes Angebot Wo kommt der her? Äh Aus den Besten Minen bis Land ist Oh guck mal was Martin geschrieben hat Warum gibt es bei Spliff keinen zweiten und dritten? Gab es eigentlich Ja ich war Zweiter das weiß ich genau Sag mal ob mein Mensch wieder gewonnen oder warum? Ja Ja Das Podest schneidest du Der hat oft gewonnen im Einzelkampf Achso ich hab schon gedacht ich kill ihn mal Ah der hat häufiger gewonnen als TBS zusammengearbeitet hat Äh ne ne geht Packuhe Au Ihr wisst schon dass ich noch auf der Strecke bin Seid nur froh dass da von Riffy keine Aufnahmen gemacht hat So wie der eine der Der nach 30 Jahren seinen Marathon beendet hat Der nach 30 Jahren seinen Marathon beendet hat Hehehe 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 Well wie alt bist du? Ich bin der Einzige der schon auf halber Strecke gestorben ist 28 bin ich noch dieses Jahr Oh man Oh man Dann marsch mich das ein bisschen teuerstig So So Na So langsam halten dich die Leute so ein bisschen Ja du Seit dem wann geht das Geht das halbwegs Ja Ich hab den Befehl schon wieder eingegeben So Teaser würde ich jetzt auch so ein Tempern mal Ähm Peen Komm mal ein bisschen zurück Ja So Das ist das dritte Mal dass er jetzt durch rennt Super Ja Hat was gegen Behinderte habe ich jetzt vom Spiel Mir Wir sammeln schon mal die Kandidaten für die Paralympics Hehehe So Was haben wir hier noch? Ah ja Die kann froh sein dass er noch ein Tempern kriegt Ah Das ist eine andere Geschichte Ist ja klar dass die Kordom sich jetzt vor mich stellen muss Blöder Penner Ja So da gab es auch irgendwie keinen dritten Platz War zu schnell ne Warum hab ich jetzt ein Kabel eingesammelt? Weiß nicht Weiß nicht Kabelweitwurf hat die Monom jetzt gerade auch gewonnen Man Ikordo du Ver- Ich werde was zu extra ins Video mit rein machen ja Habt ihr das auch bei euch dass ihr Skins heute gut laden? Äh Wir sind alle da Bei mir alle da Bei mir auch Bei mir auch Rippi Rippi du musst doch an die YouTube Zensur denken Piep 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 so er war nur zwei bürger bilder ach so viel da hat er gesagt dass er heute später kommen oder ist online ist er ist online dann sollte den mal hierhin ich glaube er ist nur afkaner weil sie in den hinterher wieder zurück doch nichts stirbt ja davon nicht oder gucken woher schläger sein hinterher wieder zu bekommt er sich dann nicht verpisst wieder gekillt und dann gebannt okay wer kann den wird er jetzt wieder weg worten niemand von euch nach hause hat wieder pvp an nee schade ist Ara eigentlich da? nee schade ich stelle besser kurkenbrett ich hab dir Würger weggeschoben nein ich hab ihn auf den Baum geschickt ach so kurkenbrett was name er wäre fast durch falsche Arden gerade gestorben ja mein gott dinge gibts da kann ich nicht gleich irgendwo auf der zielbinder stehen bleiben homer underscore 2424 join your channel der homer so ok fällenschneemann stattdessen immer so als etwas hat er wieder weggebotet schon wieder? ja der steht irgendwo der würde aber nicht die den brauchen wir, weil gleich nochmal fällt man weiter auf ha ja dann musste den gleich wieder dahin porten weil der gleich wieder ins Gefängnis so aber möglichst ohne falsche Charme so ein Stück der bleibt jetzt glaube ich erstmal wieder runter ja wir können Tietze eigentlich direkt ins Gefängnis porten Das ist richtig. Log and join your channel. Deswegen machst du direkt mein Teamsweg ist abgekackt. Kick! Oh man. Hallo? Hallo? Hey. Ist da wer? Mögt ihr mich nicht mehr oder warum reden wir nicht mehr mit mir? Warum reden können wir mit mir? Genau, geil. Ne, wie lange war ich weg? Lange. Ja? Da ist sie. Wo ist denn Werder? Ich kann den grad nicht mehr beuten. Tja, ist auf der. In Gefängnis kannst du den nicht. Stand da grad auf dem Podest? Den Siegte wird davor. Im Gefängnis? Klar kann man raus porten. Ich seh ich den nicht. Wir sehen auch nicht. Den direkt. Bob to me, Würder geht. Ja. Siegte ist schon da unten. Der steht da jetzt auf dem Podest. Der ist doch bald tot, wenn er bei dem Podest. Nee, Podest nicht. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Mach doch mal hier wieder, vielleicht. Damit der noch mal heile wird. Quatsch, brauche ich nicht. Richtig. Oh, ist wahrscheinlich da. Er ist nur zu aufgeregt. Gut. Dann kannst du ihn ins Gefängnis schicken. Genau. Super. Komm. Gut. Alle abgeliefert. Das ist der Empfehl. Wer hätte denn jetzt für deine Posten gegeben? Ich. Oh, jetzt gibt es zwei dritte Plätze. Das ist mal interessant beim Boxen. Ach ja. Ja, da habe ich ja gegen Rippy gespielt. Gegen Rippy. Ripper. Ja. Das war voll unfair. Das war voll unfair. Wir haben eigentlich beide gewonnen. Zwei dritte Plätze, wir haben die das geschafft. Ja. Die haben sich hier in die Fresse geschlagen und sind umgefallen? Ja. Die sind beide gleichzeitig gestorben. Genau wie beim Pechten ja auch meine und One Man. Ist halt leicht draufgegangen, glaube ich. Irgendwie war das. So, Ripple. So, ich würde sagen, ihr macht jetzt beide nochmal PvP an. Genau. Und lebt den dritten Platz aus. Wenn man das so liest. Oh, da gibt es letztlich ein bisschen viel Schwer nicht vor. Super. Ich bin gerade voll Panik. Ah, Dietz hat schon ein Bild gepostet. Jetzt dürfen so einige nach vorne und wir müssen gucken, wenn ich... Also, ihr müsst schon sagen, weil einer nicht dazugehört bei euch, ja? Also, leider... Der Rock gehört nicht dazu. Ja. Achso, doch. Richtig. Ganz klar. Wir sind alle richtig. Der Inder fehlt halt nur. Hier fehlt einer. Der Inder? Guck mal, die Töne ist irgendwie ziemlich leer. Die Kordo. Die Kordo steht da rum. Egal. Der kommt schon. Nö, der kriegt nix. Ey, ich hab keinen einzigen bekommen. Deutschlo. Die Nofen hat alle. Na, wer ist jetzt Papa? Oh, warte. Sonst kriegen die niedrigen Gesellen das alles. Daneben geworfen. Daneben geworfen. Gib mir mal die Musche. Ich hab zwei bekommen, glaub ich. Ich hab keinen. Ich glaub, ich hab auch zwei bekommen. Ich werf mal einen auf den Boden und renn weg. Wir hatten jetzt noch keinen. Ich hab alle fünf. Ich teile die dann später auf. Jetzt hab ich. Also jetzt hab ich. Ich hab die auf dem Server nicht mehr Eisen. Aber die. Das ist schon mal. Das ist egal. Ja, dann gehen wir dann weg, dass ich Nero eingeben kann. Dann moin. Für der Abbau. Kann ich noch später noch machen. Jo. Also, ich denk mal, ich hab eh die beste Leitung anscheinend. Äh, ich teils dann später auf oder so. Und Sala hab ich immer von dir dabei. Wir können eigentlich auch die ganze Zeit stehen bleiben, oder? Ja, genau. Habt ihr immer den dritten gemacht. Okay. Ich hab noch einmal wo Silber gewonnen, oder? Ja, beim Basketball, oder? Ja. Wirfst dann eben. Ich hab einen aufgenommen. Wirf doch von oben runter. Dann tust du auch. Ich hab nichts aufgenommen. Äh, so. Äh. Ja. Wer hat denn noch einen? Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Ist auch wieder AFK. Äh, ich muss mir die Zahlen unbedingt nehmen. Ich glaub, ich hab keinen bekommen. Ich hab keinen. Egal, machen wir's nachher. Was heißt das? Ich hab zwei bekommen, oder? Oder drei. Ist auch scheißegal. Wenn das eigene Team einen bescheißt, dann hat man's nicht anders gesehen. Aber irgendwie ist da ein Block runtergefallen, aber ich... Ja, den hab ich aufgenommen. Achso, okay. Den auf, hm? Nee, du gibst die nicht. Also, jetzt hab ich zehn. Das heißt, das passt. Ich hab wieder alle. Prima. Na, das ging halt noch besser, als ich jetzt befürchtet hatte. Oje. Dann hab ich aber ganz schön abgeräumt hier. Sieben Diablöcke. Bisher. Bisher. Da können wir gleich stehen. Vor allem, jetzt sind's dann alle brav. Schon lang keinen mehr drüber laufen sehen. Ja, die... Jetzt stiftet keiner mehr jemand anders an. Oh, wow. War nur dritter Platz? War nicht so schlecht. Nee. Nee. Auf dem Tribune. Okay. Genove, wir. Ich hab' einen. Ja, ich hab' einen. Ach, man. Ist irgendwo angefallen. Was ist denn das? Was ist denn das? Jetzt versuch ich's nochmal so. Oh Gott. Ich seh' Füße. Was habt ihr denn gemacht, dass das Geflame im Forum wieder losgeht? Warum fliegt denn das so blöd? Oh Gott. Eigentlich verschoben ist. Bitte was? Seitdem der... Oh Gott. Also... Bleck, weil du mit deinem... Weil du mit deinem... Vierer TP nicht zielen kannst. Hast du. Da unten wieder eins, Tifa? Okay. Bleck, wie ist's eigentlich mit dem 2x2-Texture-Pack? Den dürfen wir, hast du einen bekommen, Benete? Du einen? Ja, ich hab' sechs jetzt. Also, ich hab' einen bekommen. Ich hab' drei. Ich hab' alle bekommen. Ja. Ich hab' keinen. Tietze kann ich abschätzen, wie lange 30 Minuten sind, ne? Lass doch mal hier irgendwo... Kommen wir hier hin. Steffen, Zero 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 Master, join your channel. Ne, roll'n weg. Stopp. Steffen, Zero 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 Master, join your channel. Du bist ja mal wieder da. Lange nicht gesehen. Da ist einer. Und da ist der andere. Und die letzten Medaillen. Boah. Nicht runtergefallen, Mann. Achte Fall. Aber geht ruhig noch mal runter da von dem Sieger-Potet. Ja, kommt da noch mal neu. Wieder oben hinstellen. Ich glaub' jetzt das mal auf die andere Seite, oder? Oh, jetzt müssen wir auf dieses... Blöde Gold, ja. Oder silberen... Eisen. Wenn gewisse Gold, Shana ist Gold. Ah ja, wir sind... Ah, Fuhl. Sei es doch. Ja, Fuhl. Ja, Fuhl. Goblike. Great runter, oder? Da muss ich die anderen hinstellen. Das ist wie ein, zwei oder drei hier grade. Wo ist Peneta hin? Da? So, ich guck mal, ob ich jetzt ein bisschen besser ziehen kann. Müsste jetzt besser gehen. Boah. Hast du jetzt noch mal einen 5kW RAM-Riegel nachgeschickt? Ja. Ja. Ey, was macht der? Jan hier. Gut, ich hab alle 5. Ähm, hier ist ein... Jan irgendwas. Jan... 1-3-0-9-0. So, einmal töten, bitte. Ich stell keinen. Ah, er geht schon, er geht schon. Okay. Wenn fertig ist das Blech, dann sag's mir Bescheid, ja? Das sind XD? Oh, ich hab 5. Ja, ja, ja. Äh... Ja! War's doch schon. Was, gibt's keine Gesamtwertung? Wir bleiben irgendwie bei uns vom Server aus. Herzlichen Glückwunnen und allen Gewinnern oder irgendwie sowas. Gesamtwertung wär auch gut. Können wir doch schauen. Okay. Nein, ich mein gesamt jetzt wär... So, und der Polo und Raydex mal zu mir kommen. Und... Hat mir das schlecht.